Die Verbraucher in Deutschland müssen sich laut einer Studie in den nächsten Monaten auf deutlich höhere Lebensmittelpreise einstellen. Die Verbraucher in Deutschland müssen sich laut einer Studie in den nächsten Monaten auf eine Studie in den nächsten Monaten auf eine Studie in den nächsten Monaten auf eine Studie. Experten rechnen damit, dass Nahrungsmittel um mehr als 10% teurer werden. Die Kosten für Essen und Trinken steigen damit heuer pro Kopf um durchschnittlich 250 Euro. Laut der Studie haben die Hersteller die Preise seit Anfang letzten Jahres um 16% angehoben. Der Einzelhandel aber nur um 6%. Das Schlimmste komme also auf die Haushalte erst noch zu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Verbraucher in Deutschland ist einiger Schlimmste. Das Schlimmste ist einiger Schlimmste. Untertitelung des ZDF, 2020